Oh, leck! Doof! Naja... Dun-dum-dum-dum... Nicht drauf, warum nicht immer auf ITEM? Naja, surfer, so. Ist tatsächlich stark, glaub immer zu sein, das kann man auch irgendwie falsch verstehen! Hahahahaha! Das wäre nicht mehr so, was da auf die Höhe ist! Damm 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 Damm. Ist übrigens, die werden an seiner Seite nur bewegen, wenn der sich bewegt. Naja. So- Und jetzt noch mal, wo dabei, bitte? Nein, kein Magnetilus, sondern Voltoball. Nein, ich hab nicht mal ein Tilo gesagt. Voltoball, 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 Voltoball. Und damit mir auch eine Magnetan, das will ich doch gar nicht. Nein, oh, ne, na, 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 na. Das ist doch gar nicht so schlechte. Na gut, 20%. Das ist schlecht. Das ist eine schlechte Spawnrate. Äh, Slime-Mock. Ja, super, wirklich nix. Will ich nicht haben. Ich will ein verdammtes Autoball. Also wenn ich das sagen soll, ich kriege ja einen griechen Raster. Au, ja, geht doch. So, Alter, Meisterball. Wir fangen einen Ball mit einem Ball. Das ist auch irgendwie ironisch. Naja. Warum ironisch? Ich weiß es nicht. Na gut, Autoball, neue Einträge im Pocketext. Autoball, Ball. Wer hat er das gedacht? Größe 9,5 Meter Gewicht, 10,4 Kilogramm. Nummer 100. Dieses Pokémon tanzt sich gerne als Pokéball. In der Ecke gedrängt, zerstört er sich selbst. Ja, so, nimm er dich. Ähm. Ähm. Ich würde jetzt ein bisschen sexistisch. Naja. Und. Naja, also wussten wir, Subtos. Items war ich nicht unbedingt. Hier ist sowieso ein, äh, auch zwei Viecher falsch. Äh, Pokémon. Falsche Items. Also, ja. So. So. Bssss. Ja, super. Hm, Weiterball. Schlitzer und Schuss. So. Da, na, 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 na. Na, schon wieder einer. Ähm, Schlitzer und Schuss. Da, na, 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 na. Ähm, boah, wie viel denn noch? Meine Güte. Na, jetzt ist Epi noch. Dass er vielleicht sogar noch einen Löffel abkriegt. Hm, hm, hm. Boah. Was gibt's eigentlich erst für Items? Ähm, Edition. Rotbär. Donner als Pokob... Naja, Donner haben wir schon. Top-Elixier. Hm. Das Top-Elixier hätte ich eigentlich schon gerne, aber naja. Ey, ich sag, ich will eigentlich nur noch Actos, Zapdos finden und erst mal... Äh, nie geht die fiese Soße noch auf die Nerven, so. Das wäre aber jetzt nicht mehr belästigt. Was ist das? Was hat ich das gefunden? Und ich drauf geachtet. Scheiße. 10,25. Donner. Ah ja. Wir hatten halt schon Donner. Und Carbon. Werden wir mal. Einfach mal den Balls so schön verfüttern, so. Boah, ist der Name. Und noch mal ein Bssst. Schlüssel. So. Donner, nann, 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 nann. Ah, jetzt kommen wir uns nicht so ungestört bewegen. Meine Fresse. So, wo ist Zapdos? Wo soll der Zapdos? Oh, der Herr, äh, wer der Herr ist Zapdos? Das habe ich jetzt schon wieder gefunden. TM5, hm. TM25. Donner. Ähm, packen wir uns einfach mal Balls bei. Ja, 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 ich hatte genau, so, ähm, wo ist er denn, der Ticker der Attacken? Na ja, alter Scheiß, so, so. Donner. So. Und dann hat er noch eine andere, genau. Ups. Nein, ich weiß nicht, ich schmeiße. TM33. Reflektor. Nö. Ein Lager. Und noch mal ein Bssst. Alter, wie viel gibt es denn hier? Wie viel? Danke, noch mal Erfahrung. So. Zwirken. Nö. So. Das ist noch mal hier. Mal Valeть laufen. Wo zur Hölle geht's dos Zapdos? Ich hasse diesen Dungeon. Gut, dass ich ihn nicht angreifen werde. Weil ich es alle Pokémon habe. Wie viel denn noch? Ist doch schlimm. Naja. Mhhhhhhhhhhhhhhh Ha Ha! Unten wegt vorbei! Ha! Was getwinschen! Final war super! Ha! Superdrank! Auf'sتمauel! Da-dam-dam-dam-dam-dam! Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh! Ichonfem-mh! So führen! Um ein bisschen an meinem Trank zu kaufen. Meine Fresse! So! UUL-mauli! Die Mauchball wieder flirren, die Items. Boah, weg. Das nervt langsam echt mal. Boah. Äh, ha. Ich hätte das Lust, wo lang ich muss. Scheiße. Ah, shit. Scheiße, hänkelte Stungeon. Nein, ich wollte nicht raus. Ich muss mal erstmal die Karte aufrufen, hier. So. Ähm. Ist das groß, äh. Ekelhaft. Also, ich bin jetzt da. Ja, also. Dann da lang. Dann. Hier lang. Nicht. Dann nach unten. Ich erinnere es direkt am nächsten Subtors. So. Dann hier. Dann. Dann ist es mal ein bisschen Musik genießen. Mhm. Auf der Karte sieht man eben gesagt noch den Spieler. Ha. Also, eigentlich auf der Karte, wo eigentlich der Spieler nicht sein sollte. Und hier ist auch schon Subtors. Hallo. Subtors. Ein Wille Subtors. Puh. Puh. Warum nicht, mache ich mich nicht fertig. Ich habe keinen normalen Bälle. Na, scheiß drauf. Meisterball. Da. Da. Haha. Ich weiß eigentlich nicht, erschwächen, aber. Naja. Ich habe keinen normalen Bälle. Brauche ich auch nicht, wenn ich Meisterball habe. Ähm. Ähm. Elektros. Elektro. Größe 1,6 Meter. Nur. Gewicht 52,6 Kilogramm. Nur 145. Dieses legendäre Vogelpokémon erscheint meist während Gewittern am Wolken verhangenen Himmel. Wie nimm er dich. Ähm. 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 Quater Kottel. No. Quater. Ähm. Fall. Quetzal. Qui. Quetzal. Quetzal oder so. Naja. So. Was geht jetzt noch nicht hier lang? Ach, geht's raus. Warte. Ich gehe links oben raus und komme unten raus wieder. Naja. So. Ähm. Pokémon. Bahamut. Fliegen. Dann gehen wir jetzt nach Steiner City. Und von dort aus. Wir haben erst mal Level. Denn ich muss jetzt mal gucken hier. Ähm. Erst mal gucken, was es da für Trainer gibt. Auf der Route. So. Ich muss jetzt mal meine Pokémon zusammenstellen. Dann gucken wir, ob wir ein Level müssen. Dum dum. Hm. 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 So. Pokémon ablegen. Und zwar einmal mit Balls. Dann weg mal ablegen. Ähm. Dich brauch mal. Dich brauch mal. Dich brauch mal. So, eigentlich haben wir nur für zwei Pokémasters, das ist jetzt nicht Platz, das ist doof. Naja. Also, wir brauchen, wir haben sowieso, Stern-Tool können wir uns dort fangen. Das können wir uns dann auch fangen. So, wir brauchen. Also. Elektro, 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 elektro. Groß gesagt, Elektro, also Lightning. Was wir nicht brauchen, ist Warmut. Momentan. Kamikaze-Germel, nicht wegen. Das sind Eno, ich bin in See-Schaum-Inseln, aber dann brauchen wir nicht einfach so. Und die höchste.